Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft in the Guardian of Light mit Alex zusammen. Hallo. Und ja, ich weiß gar nicht, wo mir die Beschwerung aufgehört. Oh, guck mal. Ich weiß gar nicht, wie das gespeichert wird. Wird schon irgendwie gespeichert. Wahrscheinlich in einem Steam-Dingen. Ich bin schon fast eine Stunde im Raum. Wenn, es wird gespeichert. Also, Gesamtspielzeit. Das Let's Play ist wahrscheinlich schon länger. 59,22. Wahrscheinlich länger. Naja, okay. Die Beschwerung. Hey! Hey! Kommt da ja schon mal geil. Warte auf der Tritt eines weiter und spiele es. Oh, eine AR6. 60.000 Punkte. Maximal zwei T-Rex. Maximal zwei Minuten. Das macht mir Angst. Ähm, 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 ähm. Mami? Ich glaube, da hilft ihr auf die Schropläne nicht mehr. Schraffschützengewehr wäre geil. Oh. Soll ich denn in die Steuerung reinkommen? Okay. Was war's das? Huiii! Ähm. Wenn du mir nicht gefrieden gehst, den T-Rex? Kriegswechsel die Waffen. Ja, warte ganz kurz. Ich kann auch nicht wechseln. Hallo. Hallo. Können wir den auf diese Plattform? Vielleicht auch? Oh, 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 oh. Ist das so gedacht? Ist das so gedacht? Ich glaube, wir müssen den da rauflotzen. Warte, ich lots ihn. Achtung und los! wie der scheiße schon mal kaputt warte noch mal arbeitsteilung 2 minuten schaffen wir schon mal nicht den schädel her wurde spalt feuer wo ist er warte ich logge ihn da ist er au 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 warte hierher haben wir doch ich bin tot Nicht sterben, Keks. Siehst du mein Lebensbalken? Ja, du bist klinisch rot. Was ist das? Das waren wir zwei Minuten. Können wir ihn nicht mehr besiegen? Dann müssen wir ihn aufhalten. Wenn wir durch den westlichen Tempel gehen, können wir ihn vielleicht den Weg abschneiden. Zieh den durch raus. Jetzt macht er auf. Im Moment schon mal verschillt. Nein! Das war innerhalb von zwei Minuten. Nein, das war 2 Minuten 41. Wollen wir noch mal? Noch mal? Nein. Oh mein Gott. Komm, wir hängen die nächste Dinger noch mit dran. Ja, logisch. Sechs Minuten. Vergessenes Tor. Überläufige Schrubblinde. Du hast gewachsen bei zehn Minuten. Ja. Vergessenes Tor. Hä? Hippie. Ähm. Ganz einfach kommen wir in den Rätselbereich, ne? Ja. Oh! Wow. Das ist mir ein bestimmtes... Warte mal. Ah, ne. Wir brauchen einfach mehr Kugeln, oder? Legen wir ja hin. Guck mal hier. Wir erkunden hier mal. Immer noch ein bisschen zu viel. Jetzt muss ich mich abgewöhnen. Hier kommen wir schon mal nicht durch. Ähm. Ähm. Was hier? Hier kommen wir durch. Aber Halle. Daaa. Ficken. Ich weiß es! Ich denke jetzt mit Bomben können sie Kugeln bewegen. Ach. Oh. Ah, warte mal. Warte mal. Boom. So, Moment. Lass mich mal hoch. Warte. Und dann... Oh. Guck mal durch über die Gegner. Lief doch. Das lief sogar ganz gut, wa? Gib dir Rückendecken. So. So. Guckst du einfach runter. Lass sie da fallen. Wir gehen gleich mal weiter. Hier geht's ja noch hoch. Der liegt doch im... Hm? Achso. Die Lübelzeit muss sein. Wa? Peng. Komm ich rüber? Ähm. Alles okay? Alles okay? Ähm. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aua. So, warte mal. Hier. Ich bin nur ein gründer Dickschädel. Du wirst meine Hilfe brauchen, ne? Au. Geil. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz die Musik ein bisschen runterstellen. Ne, bei mir passt sie laut. Mir passt. Das lief doch super. Wir sind Profis, ja. Mhm. Absolut. Ist er heute seine Prüfung bestanden? Ja, meine Theorie-Prüfung. Und da oben hat er seine Praxis. Das ist voll geil. Endlich wieder Autofahren. Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren. Ja, das ist voll geil. Oh. 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 Hoho Nein Das geht nicht Jut Über das Stummengewehr einfach Wir sind leid Boah Oh süß Leicht in Peace Leicht Huch War echt Entschuldigung Wollen sie mental War es auch nicht Was war das Schöne Nehmen wir denn da raus Oblinde Der Beat Könnte ich einmal ganz gut gucken Ich hab doch auch hier ne Steinfeder Kann ich eigentlich hier den 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 Dings Weißt du was du meinst Kann man das in der Steine mal angucken Konfiguration Ich bin übrigens auch mittel Alles interessiert Kastenkonfiguration Schönen Schuld schäben Das hier ist im übrigen eine Splint-Ugewehr Ja Eigentlich im Livestream machen wollten Aber der ist ja halt immer noch Er ritzt sich immer noch heimlich Wissen sie Sein Ruder ritzt sich einfach noch heimlich Wenn wir Livestream Scheiße Er ritzt sich ja Der ist Scheiße Wann nicht Werden einen Weg finden Gingst du auch nicht weiter? Wollte ich nicht Ja doch Geil Die geht sogar zum nächsten Kugel Die geht sogar zum nächsten Kugel Die geht sogar zum nächsten Kugel X Aber du musst auch noch eine Geil Geil Ähm Ja Ist da oben irgendwas? Was war jetzt das? Also ich habe glaube ich Irgendeine komische Grenze überschritten Von den Mindestdingern Die wir brauchen Huch Äh Könntest du sonst genau Das ist die Idee Mach doch mal einen Haken Jawohl Ah das wollte ich nicht Nein 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 Doch 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 Das ist gut Die Idee war nicht schlecht Komm wieder hoch Ich habe was gemacht Ich will aber das haben Wir holen das auf Pass auf Du machst jetzt Den Haken darüber Pass Aber ich hoffe es funktioniert Wann nicht Schätzelein Da geh halt auch Dann komme ich direkt auf die Dinger Läuft doch Läuft doch Gut So nur die Mummeln wegkriegen So komm jetzt Ah hier sind wir jetzt Wir sind wieder im Hauptraum So hier oben war auch noch einer Gibt dann aber ganz schön viele Kugeln Aha Vielleicht brauchen wir ja nicht alle Wow ich habe was gemacht Wow alter Alter die ficken mich Alter die ficken mich Alter die Ozis ficken Alter die Ozis ficken die Gegner Alter wie viele denn noch Alter wie viele denn noch So Hatten wir nicht drei Kugeln Ähm Ähm Ah da Da Äh so langsam erleben wir mal nicht schlechte Eventuell By the way Äh Jetzt war da oben noch eine Kugel oder Ne die hatten wir doch hier schon runtergerollt War die dritte Ja ne ne da war Da war vorher noch oben eine Meinst du War nicht so schnell Du hast längere Beine als ich Wie ist es totig eigentlich immer so langsam Weil er fett ist Die da meine ich Ja Lara Ja Du kommst doch rüber Oder Nein Hier komm ich Alter die Ozis fetzen aber ich habe auch schon fast keine Muni mehr Scheiße Oh da Scheiße Wie wollen wir jetzt die Kugel da rauskriegen So Ey Ob wir jetzt so verglitschen Ja weil die soll ja da unten durch Die muss doch hier nur raus Siehst du Bombenregeln Wir hätten sie ja auch da durchschubsen aber egal Ist okay Ich habe schon fast fast keine Muni mehr Aber da unten lag auch Muni ne Äh das macht vorhin Äh da unten die Muni Oh Oh Uh Shoot Shoot Ah Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei Oh Immer wieder Komm dann sind wir eingespielt Dann kriegen wir auch die Steuerung auf die Reihe Oh warte mal muss ich mich noch mal ein Stück höher nehmen Ich komme da immer irgendwie gegen Ich hoffe man hört das nicht so doll Nee Nee Warte mal geht uns die Muni aus alter Ohne Witz Schau mal erstmal da drauf Huiiii Huiiiiiii Okay tschüss Okay tschüss Das ist halt ganz schön groß weil Erdäumiges Adi raus Du kannst da drüber springen ne Oh ich sogar so ein Murmelsystem Oh Lauf Verstell Wurde ist ein Waffenupgrade für uns beide Das brauchen wir dringend Läuft Läuft So Ähm Entspann dir Oh Ah Ähm Warte mal ganz kurz Scheiße. Das funktioniert, vertrau mir. Dich kriege ich zurück, wir müssen die Mumme rüberkriegen. Do it. Ich? Ja, aber dann ist ja... Hä? Aber es gibt auch keinen Sinn. Ja eben. Aber eine Idee. Geh rauch. Bleib drauf. Geh runter. Rosi. Ah. Und dann holst du mich über das Seil zurück. Ja, oder so. Das klappt nicht so ganz. Machen wir so. Ah, gut. Es wird langsam. Wir sind doch gar nicht so blöd, wie wir aussehen. So. Guckst du da runter. Nein, nein, nein. Da runter. Ach, da runter. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ich hatte schon. Ah. Komm, Bruder. Dickschädel. Hier oben. Dickschädel. Ah. So. Was fehlt da eigentlich? Da hinten noch eine? Hallo. Ach du Scheiße, ich habe da eine Idee. Das kann Spaß machen, ne? Warte. Warte, ich komme hoch. Nee. War eine Scheißidee. Nein, du schaffst das von hier da. Warte, warte. Aber warte mal. Stell dich mal hier rauf. Mach deinen Haken an das Ding. Nicht an mich. Ja, ich... Stell dich mal hier rauf. Stell dich mal an. Und jetzt? Ich müsste da hinten stehen, damit du rüber kannst, aber... Hab ja nischt. Ich schau jetzt mal kurz da oben hin. Ja. Kommst du? Ne Idee. Ich schau mal kurz da oben hin. Vielleicht ist das die Lösung. Ich glaube, wir waren da oben schon mal. Hier bin ich schon wieder ganz tot. Geht hier ab. Nein, hier oben waren wir noch nicht. Fang gerade. Ich holekeeper. Ich hole Chat. Und dann was ich? was ich da ist Zepter von Huitzilopochtili Etwas Jabbatavodooo Lutz ist mit Schuh, der Schuh ist zu klein Waschenbrödel oder was? Waschenbrödel oder was? Das habe ich Berliner Oh Oh A down man's Bomben Sie die Kugel auf das Schädelpodest, das ist nicht probieren. Wie kenn du das? Aber als allererstes, hopp, hopp. Stimmt, das Heilungsding. Habe ich nicht bekommen? Scheiße. Komm. So, und nimm die beiden Dinger noch. Jetzt gehen wir hin. Mach, mach, mach. Wir müssen das zur Zeit auslösen. Drei, zwei, eins. Oh, knapp. Drei, zwei, eins. Ich fliege es an zu holen. Ich muss doch vorliegen. Ich glaube es auch. So. Drei, zwei, eins. Wir müssen gleichzeitig. Du hast die Stecken zählt, so schnell bin ich nicht. Okay. Alter Mann. Drei. Zwei. Ich fliege sonst nur mit eins. Mano. Gibst du mal hier so hin, wo ich stehe. Äh, hier so? Ja. Was ist an der Bombe hin? Drei, zwei, eins. Ich glaube, eine reicht schon. Zwei sind zu viel. Versuch mal nur da, wo wir standen und dann von da aus nur eine Bombe. Mach mal. Wenn wir ein bisschen dichter kommen, könnte das klappen. Komm mal von hier. Nee, es muss schief. Es muss schief über die Ecke. Weißt du das? Die fliegt schief durch unsere Ansicht. Wieso auch immer. Drei, zwei, eins. Sprengung. Knapp. Sie will nicht so ganz drauf. Du willst das jetzt. Warte, warte, warte. Lass ihn da liegen. Lass ihn da liegen. Oh, und jetzt beide gemeinsam. Zwei, zwei, eins. Ah, nein. So ein Scheiß. Nee, nur einer. Pass auf. Das hätte böse enden können. Ja, das hätte noch ins Auge gehen können. Nee, wir müssen zu zweit. Warte mal, ich positioniere meine mal so ein bisschen weiter rechts. Drei, zwei, eins. Die fliegt immer zu hoch. Wir müssen wirklich gleichmäßig zünden. Ich habe immer so versucht, bis sie versetzt war. Dann ist sie höher geflogen. Aber dann fliegt sie zu hoch. Drei, zwei, eins. Das gibt es nicht. Toll. Das sieht doch nichts. Ich bin hier seit einer halben Stunde in diesem Scheiß-Drecks-Level. Oh, Entschuldigung. Komm, geh da noch hoch. Wir müssen... Ja, genau, hierhin. Ja? Du musst du auch. Drei, zwei, eins. Oh. Die fliegt ja bis nach dem... Tor! Die fliegt ja bis nach dem Neapel. Und was, wir müssen sie von hier aus wegkommen? Versuchen können wir das. Drei, zwei, eins. Zweit ist zu viel. Ja. Einer alleine. Einer alleine reicht. Versuch du mal dein Glück. Ich sauf hier. Auf unsere Inkompetenz. Roast. Oh, mein Gott. Keksi regelt. Oh, Gesundheitspower. Geil. Das war nur wegen dem Power-Up. Wo denn musst du jetzt? Hast du hier schon irgendwas gesehen? Da hinten, da hinten. Hier? Ja. Tschüss. Gut, jetzt haben wir auch noch ein Sitzel noch. Da unten ist noch eins. Ich hab mal ne Idee. Guck, Pfosten. Pfosten, Pfosten, Latte, Bitch. Eingelogt. Ähm. Ähm. Oh. Ähm. Pass auf. Stell dich mal rauf. Guck mal, da. Ja, das ist auch noch eine. Ach, das ist die von oben. Die haben wir gebraucht. Haha. Nee, dann mal drauf. Warte, warte, warte. Ja. Jetzt rüber da. So. Ficken. Auslösen. Auf. Haken. Ähm. So. Komm hoch. Wieso meinte ich ihn eigentlich nicht? Ja, komm hoch und dann kannst du später rüber und kannst rüber springen. So. Jetzt ich rüber, jetzt kannst du öffnet das Seil. Und zur Kugel rüber. Hä? Du kannst zur Kugel rüber springen vom Seil aus. Äh. Mutiger Sprung. Ich hab mich schon freigeschaltet. Hallo. Wir filmen das nochmal. Gott. Ich nicht. Wieso das sonst funktionieren? Das wäre die einzige Möglichkeit. Nicht unbedingt. Weil wenn ich die nämlich. Ich traf hier irgendwie nen Dings reinzulehnen. Ob du da hinspringen kannst. Ey. Schatz. Boah. Ja. Das muss schon so. Du bist bloß zu. Äh. Halt. Halt. Stopp. Wieso war ich das? Ja. Das hab ich mich auch gerade gefragt. Das muss schon so, wie ich es vorhin gemacht hab. Äh. Aber. Aber. Gutes Spiel. Gleichbald die kann sein. Hallo. Danke. So, bis nochmal. Das auch geht doch. Ohlöö. Hallo. Hi. Ah, schön, dass du so warst. Ich konnte mich hier nicht bewegen, ich war grad leicht verpackt. Oh Gott, Murmel. Tom, mits, 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 mits. So. Wo ist jetzt hier dieses Dach? Runder. Das müssten wir ja eigentlich alle haben, oder? Jupp. Jo, praktisch. Oh, jetzt müssen wir da unten die Kugeln da rausholen. Oh. Ja, ist ja kein Problem, guck mal einfach da durchs Loch schicken. Oh, shit. Oh, wir sind langsam eingefleischtes Team. Ich sterbe. Ich sterbe. Warum brennt hier alles? Geh runter, nein. Ja, nicht. So, geh rein. So. So. Nächster bitte. Ah ja. Oh. Und jetzt du. Ja. Einmal Münzen. Doch. Wenn das in diesem Brum oder so eine Münze rein wirft. Ja. Wo geht's da lang? Ah, da geht's wieder zurück. Waren wir da oben schon? Die Wesen, ne? Wie ist das Spiel heute leicht verbuggt? Nö. Wie nicht. Na, die mich. Das sind die sowas. Die Leute. Wo geht's? Die sind die sowas aus. einer fehlt eine fehlt uns noch waren wir da oben wo wir drüber gesprungen sind lass noch mal zurückgehen hier oben ich glaube nicht warte mal geh mal da warte machen wir mal ein seil nein da einfach warte achso geh wieder rauf geh einfach wieder rauf und mach ein seil mach das an den haken ach du kannst dir hier ein ding rein machen genau war so mein plan ok so habe hier Läuft! Oh! Das kriegen wir. Ich schieb die Momente einfach auf. Ich weiß nicht, wo er da hingesprungen ist. Alex enthiegelt. Oh, die Folge wird Überlänge haben. Du wirst von... Jetzt! Don't! So, die letzte Kugel. Keine Momente, zwei Inseln. Bonus-Herausforderung. Geil! Wieso Bonus-Herausforderung? Brauchen wir nicht alle? Ist das nicht Teil... ...der Aufgabe gewesen? Äh, eine Bonus-Herausforderung da. Okay. Geht das Scheißding jetzt auch auf? Ich hab irgendwie eben... ...Tombraider Underworld Flashback. Auch. Fliehen sie aus dem Tempel. Uiuiui. Ähm. Fuck. Ähm. X? Den Schädel will ich... Tom. Wir haben den Schädel. Geil! Ich glaube, der wird gespeichert, oder? Ich hoffe. Soll gucken wir nochmal rein. Wird geladen. Wird geladen. Oh! Oh fuck! Das HP ist nicht mehr realisiert. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Dann Prost. Hup! Man, jedes Mal. So. Wir schaffen das. Darra? Tschüss Nein! Oh knapp, haben wir wenigstens ein Safe gehabt? Bitte. Oh, er ist jetzt bitte windig. Bestimmt nicht. Doch, doch. Obst du klar? Der Schädel! Lass auf! Haben wir es? Aber hey, wir haben, guck mal, zwei Sachen geschafft. Aber nicht mal 140.000 Punkte. Haben wir auf alle Upgrades gesammelt? Das auch, ja. Gut. Dann, äh... Danke fürs Zugucken von diesem Larem-Part. Äh... Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye! Bye-bye!